Baum steht ohne Baumstab Wenn du in den Wald läufst, siehst du auch nur Bäume und Baumstübner, ne? Nur Baumkronen, meinst du? Und hier sind Schafe, vier Schafe in den Arsch Kill sie, kill sie Ich kill sie nicht, ich pin nicht so Du hast ja schon traumartiger Erlebnisse gehabt, ne? Ja, Mann Meine Familie ist durch Schafe gestorben Oh mein Gott Meine Familie wurde durch Schafe gebrennt Hahaha, Alter Vor allem vier Schafe droppen genau neun Woller Oh, oh Ich bin so gütig und flattig, ich hol mal eine Blume Damit wir unseren Vorgarten verschönern Boah Ey, hinten ist... Ey, hinten ist mal voll der... Also voll der vermütete Asifürzel im Vorgarten eine Blume Ja, ey Voll der Plattenbau, ich hab noch zwei Herzen fällt mir grad ein Ich hab noch, äh... Ja, weil ich von euch alle geschlagen werde Das erinnert dich ans real life, ne? Ja Ja, ich werd von dir im Relev nur geschlagen, aber nur für Geld Hahaha 10 Euro für den Schlag in die Fresse, okay Ja, das blechst du ja dafür, du Trottel Ja, den Pixel, den wollt ich schon immer mal in die Fresse hauen Da geb ich auch 10 Euro für Ja Da haben auch schon manche mehr geboten, ne? Glaub ja Hahaha Ey, was ist denn Hackens denn hier? Hallo, es ist mein Farmgebiet, geh doch weg Nein, ich hab die ganzen Bäume eingeschossen Geh weg in deine Mine, du Rufti Hahaha Geh weg in deine Mine Oh Also, ich hab jetzt einen Stack Einen halben Stack Äh, weißes Holz Also Birke Eins... Ich hab vor ein bisschen was Mach mal Uuaah Los, das ist aber lag Nö, stimmt Uiga Nein Du mit deinem lag, ne? Das lag gar nicht What the fuck, was war das? Überhaupt nicht Ey, ich sag dir, fangen wir jetzt wieder von vorne an, ne? Ey, es geht noch Ey, ich hab gedacht, wir fangen wieder von vorne an Hier, wenn wieder alles weg ist, ey Sock dir da Ich sag dir da, das ist so bad Ne? Das ist so bad, ey Ja 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 Gut, wollte ich mal erwähnt haben, so nebenbei Wir sollten vielleicht mal so ein bisschen, äh, Grundstück für das Haus aufbauen Ein bisschen kaputt und so Ja, mach mal Ja, mach mal Wir wohnen noch in der Höhle Mein Gott Das ist ein Penner-mäßig, ich glaube, bin ich Ja, das ist ein Penner-mäßig Wo? Ja, natürlich Wir machen ja, unser richtiger YouTube-Name ist ja auch Assi-Let's-Play Assi-Let's-Play, ja, wir sind Assi-Let's-Play Ja, natürlich Also, wo tue ich denn mit ganz Holz hin? Nein, eine Truhe, mein Freund Eine Truhe Würde ich mal ganz grob schätzen So steht die Sonne Da, die Ja, geht gleich runter Wir werden auf jeden Fall eine extra Truhe für Stein und eine extra Truhe für Holz machen Weil das sind die Materialien, die man am meisten braucht Es wird gleich dunkel Oh, wir haben ja genug Ja, vielleicht sollten wir mal ein bisschen Geh mal kurz noch ein paar Schweißschlachten, haben wir noch Hier liegt Alter, was ist das denn für eine Bett-Formation? Ne, ein Dreier-Bett, hallo? Brauch jeder In Hauptsache, hier mitten auf der Wiese liegt ein Ei rum Selfax, hast du vielleicht irgendwas verloren? Nein, nein Ja, das war ries Ja, gut Allerdings Alles unaufgeräumt, ey Mensch, noch mal anfangen so ein Chaos herrscht Ja, herrscht So kann Selfax nicht arbeiten, ey Was war das? Ein scheiß Creeper. Ich habe einen scheiß Creeper angelegt und mich in die Luft gesprengt. Zeck, was tust du eigentlich? Ich habe meine Materialien in die Kiste legen wollen. Wie kommt denn hier ein Creeper her? Keine Ahnung, wir sind beide tot. Ich weiß es nicht, aber er hat sich schreit. Jetzt darf ich hier eure Items einsammeln oder was? Der Golf ist tot, du Held. Scheiße. Sie haben Golf getötet, ihr Schweine. Ihr Schweine. So, jetzt habe ich mal hier alles wieder eingesammelt. So, jetzt ist das. Ja, zu unserem Haus. Ja, wo ist das? Ja, wo ist das? Ja, meine Welt baut sie nicht auf. Ja, kommt mal hin, bevor die Zombies kommen, ihr Helden. Hallo, wir müssen uns zugraben. Ja, na gut. Zugraben, man. Zugraben ist das für langweiler. Hardcore Zugraben. Hollo. Hollolololololol. Jawohl. Boah, Alter, wie sie uns angegriffen haben. Boah. Urst. Wie, wie als der Fernitz weg ist. Ja, Scheife. Ja, ich habe mal... Ja. Wie gesagt, hast du alles wieder eingesammelt? Ja. Ja. Ja, dann mach doch mal hier... Fühl mal auf. Dann gib mal hier eine Steinschaufel. Äh, hab doch... Ich hab... Warte mal, ich guck grad, wir haben... Wir haben... Wir haben... Wir haben zwei... Wir haben drei Sticks Wood und zwei... Fast zwei Sticks Woodenplank. Gib mir mal mein Werkzeug. Wie das du eigentlich... Ist doch alles da drinnen, Mann! Mach doch mal die Augen auf! Ach, ja, da. Bist so ein Bauer, ey! Ich füll'mal das Ding da mit Sand auf... Ich hör' mal da hinten kurz das Schaf! M �ys! Möööööööööööööööööööööööööööö thế! Boa... Ähm... Wo sind meine ganzen pri אומר... Wenn ihr f... Wenn ihr fi... Die sind da alle da drinnen! Ja... Da, in dem Becher da! In dem Becher... Vor allem das Schaf... Ich schlag' das Schaf... Das Schaf guckt zu mir, läuft in die Höhle... B чуть tot! ja habe ich da so ein schlechtes Gesichtsausdruck ja vielleicht sollten wir langsam mal anfangen uns ein Haus zu bauen dann fang doch an Alter immer nur meckern ja weil man es nicht bauen kann doch mal Alter das mach ich doch gerade aber ich hab's angebracht vor allem du was andere machst du ne was willst du bauen wenn ich das ganze Holz hab ey ich geh mal Halt ich geh mal Holz packen ja ich auch ja wie soll's willst du noch hacken man ja ich auch boah wie der Server zu schnell leckt ey das stimmt doch gar nicht Alter der leckt überhaupt nicht bei mir nicht ja weil du auch Horst bist was bin ich ey was machst du denn? nein nein das musst du größer Alter ja okay ihr bautat ich greif mir nochmal meine Spitz nein du baust das wir bauen ab wir machen bloß Platz nee ich baut jetzt nicht ich verpiss mich an der Mine auf euch oh ey das lohnt sich voll in der Truhe ist eine Fackel boah damit mach ich die ganze Runde ey schon wieder ein Loch nach unten ey das gibt es nicht hier sind immer Löcher ja wie scheiße wie oft der nicht mal in Löcher fällt ähm ja wieder ein Eis oh mein Gott ey oh mein Gott ey ja der fällt ganz hell in Löcher äh eh eh'm Hahahaha Gar nicht, ey! Gar nicht so weit, ey! Wie das rüberkam? Gar nicht, ey! Oh, noch eins, ey! Ja, das, das, das sind, ähm, die, äh, Eisen, schön! Kann das sein, dass unsere Workbench auch weg ist? Unsere Workbench ist weg! Es ist nämlich alles weg! Wer hat unsere Workbench? Der Creeper! Der Creeper ist schwul, ey! Wie kommt denn hier am helllichten Tag ein Creeper her? Keine Ahnung! Ja, der war einfach da, der hat die Klopfe, ey, kann ich mit helfen, ne? Ja! Und dann ist er in die Luft gesprengt! Ja, weil du gesagt hast, nein! Weil du gesagt hast, nein! Darf ich mit helfen? Nein! Aber wie der Creeper sich von hinten angeschlichen hat, ey! Was, so ein Todeschein! Ich von ihm so, na! Pfff! Hahaha! Wie viel Schaf die nicht mehr sind und stirb, scha-sch-schwein! Töpkotüfel heute nicht! Stirb, gelaufen! Stirb, selbst! Heute nicht! Ey, das hab ich doch grad gesagt, du vollidiot! Ich weiß! Aber du sagst das nicht so schön, du musst das deutlich betonen, alles! Und ich... Toll, der an Rombaton! Oh nein, da bin ich denn, du Schmacko! Töpkotüfel! Ey, hier ist schon wieder ne Höhle, Mann! Überall Höhlen! Ohne, die geht in zwei Richtungen! Boah, BigSane ist ein kleiner Höhlenforscher hier! Haha, das war jetzt echt zweideutig gedacht! Hahaha, ja! Ey, wir haben ja nicht mal mehr in den Ofen, ey! Ja, mach mal einen, ich bau mal! Ich hab grad zwei Kohle gefarmt, bin ich ein Tier, ey! Soll ich am Rand noch ein Dings freilassen, oder soll ich an die Wand bauen? An die Wand, ey! Was ist jetzt mit dir los? Die Zeiten sind schon längst vorbei, mein Freund! Wenn nicht jetzt... Wandern! Wandern! Wenn nicht hier! Guck mir wo, und wand! Dedeede! Bumm, bumm! Oh, Mann! Bumm, tsch! Bumm, tsch! Ähm... Du wolltest doch einen Dings bauen, du wolltest doch einen Ofen bauen! Was hast du denn gebaut? Ja, du solltest einen Ofen bauen, du Horst! Du hast... Hey, beleidigt euch nicht gegenseitig! Hä? Soll ich mal Schneefarm euch denn mit Schneebällen bewerfen? Hot Topic! Ich hab Hot Topic als Achievement bekommen! Boah! Boah, ist er Pro, Alter! Boah, wie abgeht! Ähm... Ey, ich brauch mal ein bisschen Stein hier! Oh, hier ist schon wieder eine Höhle, Mann! Was geht denn ab? Wo ist denn Stein? Ich brauch Stein, Alter! Ey, was habt ihr denn... Ich hab Stein! Ey, hast du wirklich meinen Seed genommen, ey? Bei der Map? Ja! Alter, was ist das für ein kranker Seed, ey! Wer die fragt, was das für ein Seed ist? Drei, vier, fünf... Ach, vier, fünf, sechs! So ähnlich! Ja, so ähnlich! Vier, fünf, sechs, genau! Wir sind die vier, fünf, sechs! Das verstanden jetzt nur Leute, die auf RTL 2 Torchwood angeschaut haben! Ja, genau! Oh Gott! Daher hast du die... Nein, hab ich nicht! Hä? Nein! Hab ich nicht! Was ist denn Torchwood? Ich mein... Also, es kommt eigentlich von Doctor Who! Das ist die Hauptserie, das ist eine englische Serie! Und Torchwood ist dann die Einheit, die ihn... Ist eine Einheit, die ihn... Also, Aliens bekämpft! Hauptsächlich! Und... Und... Hier, die... Hab den Film zu Torchwood gesehen! Es gibt einen Film? WTF? Es gibt eine Serie! Nein! Ist das eine Serie? Dieses Ding, das neulich auf RTL lief? Diese Fünfer-Serie! Diese Fünfer-Serie meinst du? Nein, das ist die True Blood! Ach schon! Ja, True... Schon klar, dass wir grad ein Let's Play machen hier und nicht über irgendwelche schwulen Filme unterhalten! Ey, Torchwood ist nicht schwul! Oh, schau, das ist ein Hellfax! Alter! Da ist das Ding, ey! Mann! Du hast dich jetzt gehört, ey! Ah, bitte meine Sachen, Freunde! Ich versuche eine... Eine schöne Konversation zu führen! Mit euch ist das nicht möglich, ey! Machen wir erstmal hier... Ist hier irgendwo noch Fackel? Ich hab ihn so viel Höhen... Alter, was soll ich mit einer Fackel, Mann! Mann, bau gefällig ist hier was Hausfertiges hier, das geht ja nicht! Bau hier gar nichts! Ich geh jetzt immer in der Höhle, ihr! Ich geh jetzt mal in der Höhle, ihr! Krieg ich auch meine Sachen wieder? Nö, wahr! Nö, brauch er nicht! Brauch er nicht! Warte, hier, komm mal, ey! Warte, warte, ich brauch Holz! Hinter dir! Krieg ich jetzt auch meine Sachen wieder? Ja, hinter dir! Du Vollidiot! Ja, ein Schwert! Teil ein Schwert! Meine... Meine Axt jetzt mal voll ab! Kann ich mir das Eisen nehmen? Welches Eisen? Ja, wir brauchen's momentan nicht! Ne, ich mach's nicht! Mach doch, Vollidiot! Nein! Er wollte die ganze Map abfackeln! Äh, was? Äh, was? Äh, was? Äh, was? Jetzt, äh, was? Maul halten! Was? Ja, was? Maul halten! So, ich geh jetzt mal überall in die Höhlen rein, hier, ne? Ich hab vier Höhlen gefunden, alter! Ah, Bigfane, du als Höhlenforscher! Ja, ich hab ihn extra nochmal gebracht! Ja! Äh, schlecht, alter! Weißt du was? Ja, genau! Genau, das passt jetzt, ey! Scheiße, kein Land mehr! Weil der so schlecht war! Ja, der ist so schlecht!